Wir sind nun im vierten Quartal des Jahres und damit bricht für viele Online-Händler die umsatzstärkste Zeit an, um hier die meisten Umsätze und Gewinne zu erzielen. In diesem Video verrate ich dir, wie ich das für mich umsetze, welche Tipps ich für dich habe, um noch mehr Umsatz zu erwirtschaften. Deshalb bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Viel Spaß bei diesem Video. Und damit willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, die umsatzstärkste Jahreszeit im Jahr ist natürlich das Weihnachtsgeschäft. Und da sollten wir uns als Händler, insbesondere Online-Händler, gut drauf vorbereiten, um hier alles so weit auf die Beine zu stellen, um das Weihnachtsgeschäft gut meistern zu können. Und hier wird natürlich sehr viel Geld verdient, wenn man sich gut vorbereitet. Ich kann mal nur so mal zum Abgleich oder zum Vergleich darlegen. Ich verdiene im Weihnachtsgeschäft monatlich das Dreifache wie an normalen Umsatztagen. Aber natürlich ist das abhängig von den Produkten und Kategorien. Das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr 2024 wird für uns Online-Händler wieder rosig. Und zwar hat eine Umfrage ergeben, rund 49 Prozent der Deutschen, also jeder zweite der Deutschen, möchte gleich so viel Geld ausgeben oder mehr als im letzten Jahr. Und dementsprechend werden wir davon sehr stark profitieren können. Falls du neu dabei bist auf diesem Kanal und dich interessieren genau solche Themen, wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, lass gerne ein Abo da, klick auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Und wenn dir dieser Content gefällt und dich das nach vorne bringt, gib denen die Video natürlich jetzt einen Daumen nach oben. Das lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. In diesem Video habe ich dir genau fünf Tipps, möchte ich dir an die Hand geben, kurz und kompakt, wie du dein Umsatzgeschäft im Weihnachtsgeschäft erhöhen kannst, um hier gut aufgestellt zu sein. Falls du weiter switchen möchtest, kannst du hier die Timesteps nutzen, um hier an den jeweiligen Kapitel zu gelangen. Sonst guck dir gerne auch unten in der Videobeschreibung alle dazu verlinkten Links an. Ich verlinke wie immer dazu oder oben in der Infobox kannst du es dir gerne auch anschauen. Da werde ich auch einzelne Videos verlinken, die dir helfen können, um noch effizienter zu verkaufen. Kommen wir direkt zum Tipp Nummer eins und zwar ist es der Wareneinkauf. Um etwas verkaufen zu können, brauchst du selbstverständlich Waren und davon brauchst du im Weihnachtsgeschäft insbesondere mehr Waren und deshalb solltest du hier dein Lager so gut wie möglich auffüllen. Wenn du Wiederverkäufer bist oder Reseller, dann kannst du natürlich über Großhändler oder auch andere Online-Shops, wo es günstiger angeboten wird, Waren einkaufen. Dazu eignen sich solche Events wie zum Beispiel jetzt leider schon vorbei, Prime Days von Amazon. Hier konnte man selbstverständlich gute Schnäppchen wieder erzielen, um diese gewinnbringend weiter zu verkaufen auf den Marktplätzen. Falls du da gerne Tipps haben möchtest, ich habe dir mal unten meinen WhatsApp-Kanal verlinkt. Da kannst du beitreten und bekommst Infos, aber auch solche Sachen wie gewinnbringende Waren direkt aus erster Hand von mir zugeschickt. Des Weiteren ist es natürlich gut, wenn man Waren direkt im großen Stil von Großhändlern einkauft, um sein Lager aufzufüllen, um hier im Weihnachtsgeschäft nicht out of stock zu sein, denn das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wir kommen gleich zu dem Tipp, denn im Weihnachtsgeschäft steigen sogar die Preise für Produkte, die in dem laufenden Jahr nicht so teuer sind. Nutze aber auch Aktionen wie zum Beispiel den Black Friday, wo ich auch dabei sein werde. In diesem Jahr ist es der 29. November. Notiere dir dieses Datum insbesondere hier an dem Tag. Da beginnt das Ganze. Meistens geht es schon früher los, aber hier solltest du dann auf jeden Fall dabei sein. Da werde ich auch am Start sein und euch die besten Angebote mit euch teilen, um hier für euch gewinnbringende Produkte zu finden. Tipp Nummer 2. Aktualisiere deine Angebote und stelle alle Angebote online. Das heißt insbesondere den Preis, die Beschreibung, Fotos und so weiter. Solche Sachen solltest du auf jeden Fall gut im Auge behalten und da die Angebote optimieren, denn da kommt es auch oftmals drauf an, weil Kunden schauen sich das Ganze an. Im Weihnachtsgeschäft wird viel angeboten und dementsprechend kann es natürlich sein, dass die Konkurrenz dir voraus ist und bei der Konkurrenz gekauft wird. Tipp Nummer 3. Nutze die Marktplätze und versuch deine Reichweite zu erhöhen. Das bedeutet, dass du nicht nur auf einem Marktplatz verkaufst, sondern überall deine Angebote streust, sei es auch Kleinanzeigen. Ich habe hier auf diesem Kanal schon mehrere Videos dazu gemacht. Schritt-für-Schritt-Anleitungen für diverse Marktplätze, wo du dich registrieren kannst als Händler, um hier effektiv noch mehr Reichweite zu bekommen und parallel auf verschiedenen Marktplätzen zu verkaufen. So hast du die Chance, mehr Umsatz zu erzielen, statt es nur auf paar Marktplätzen oder Online-Shop anzubieten. Tipp Nummer 4. Nutze Werbemöglichkeiten der Marktplätze und habe besonders den Preis in meinem Blick. Werbemöglichkeiten gibt es auf allen Marktplätzen zu Genüge. Da hat zum Beispiel eBay im Moment das neue Advertising-Cockpit veröffentlicht, wo es noch einfacher ist und optimierter, seine Produkte zu bewerben. Hier kannst du dir verschiedene Limits setzen, um hier der Konkurrenz voraus zu sein. Aber achte bitte auch auf den Preis, denn der Preis erhöht sich erfahrungsgemäß immer im Weihnachtsgeschäft, weil vielen die Waren ausgehen und dementsprechend hier dein Preis immer weiter erhöht werden kann. So habe ich zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass ich im Weihnachtsgeschäft für das Doppelte meine Produkte verkaufe, als es in der normalen Saison ist. Deshalb stelle auch nicht so viele Produkte von einem Produkt, was du vielleicht viel lagernd hast, stelle immer eine gewisse Anzahl an Produkten online. Wenn diese ausverkauft sind, kannst du dann optimieren, schauen, wie die Konkurrenz das gerade anbietet, um hier den Preis auch zu erhöhen. Tipp Nummer 5, nutze den Einzelhandel. Insbesondere als Reseller kannst du hier sehr stark von profitieren. Denn besonders kurz vor Weihnachten werden viele Produkte online vergriffen sein. Diese sind aber in den großen Einzelhandelsketten vielleicht noch verfügbar, wie zum Beispiel bei Galeria. Und da gehst du einfach hin, da gibt es dann auch öfters mal Rabattaktionen, wo du dann Prozente einlösen kannst und hier noch gute Schnäppchen mitnehmen kannst, um diese online anzubieten. Und da kannst du nämlich 20, 30 Prozent noch aufschlagen, um hier mit Gewinn das Ganze online zu verkaufen. Nicht zu vergessen ist natürlich, denk daran, dass du vorrätig schon Versandmaterialien hast, Versandverpackung, um das Ganze hier effektiv zu verkaufen. Denn es ist nichts Schlimmeres gibt es, wenn du einfach keine Verpackung hast mehr und dann aber auch die Verpackung im Weihnachtsgeschäft immer teurer wird. Dementsprechend lagere dir hier schon mal viel an, um hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein. Wo ich meine Verpackung kaufe, findest du auch unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Ich hoffe, du konntest von diesen Tipps ein wenig profitieren. Und falls du noch mehr Tipps hast, die ich hier nicht erwähnt habe, gerne die Kommentarfunktion nutzen, für Fragen aber auch gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche dir viel Erfolg im Weihnachtsgeschäft und generell im Handel. Viel Spaß dabei!